moin leute es ist kinozeit ja endlich mal wieder schön ins kino gehen und jetzt kommen ja auch ein paar geile filme dune dann kommt der bond endlich ja lol marvel läuft auch noch marvel aber wir können es jetzt mal richtig kommen wir gehen mal gucken was auch so frei ist moin moin herr jungs was kann ich für euch tun zwei mal film ein bisschen mit action was hat der so da ja also dune fängt natürlich gerade an marvel läuft auch noch ich glaube marvel ist super ja man hat sich super an und nehmen über einmal pärchenbank mitte mitte schöne und da kannst du schon mal zwei karten von bonn gleich fertig die karten viel spaß danke so moin jungs was darfst du sagen moin ja einmal pop und bruce popcorn und nachos nachos ein paar popcorn nachos bitte so hast du danke schön so einmal nachos noch bitte schön jungs danke danke was ist mit euch los naja viel spaß danke hier wo wir sitzen kino 3 großen haben die geilen sessel richtig bock drauf popcorn schmeckt schon war aber eigentlich viel noch eis oder was warum meint ja ich glaube da kommt auch dran möchte ich noch jemand an eis haben ja hier hier ach da ja naja jungs was das sein so ein eiskoffekt oder es kommt ja so zwei mal eiskonfekt zweimal so jetzt haben wir auch alles jetzt kann es einen losgehen magst du einmal so losgehen super du hast eingestellt magst du noch mal auf enter drücken ja kann er losgehen fuß aber irgendwie anstrengend also irgendwie anstrengender als früher oder auf jeden fall ja ich weiß nicht ich glaube die brauchen ein bisschen hilfe hier ich glaube auch als wäre unser bestes die miriam hey jungs danke für eure hilfe aber ich brauche noch viel mehr unterstützung dein herz schlägt für kino du bist volljährig und auf der suche nach einem ganz tollen job dann bewirb dich hier bei uns kannst du uns in einer bewerbung sagen welche avenger das mit abstand stärkste herz hat dann verspreche ich dir du bist sofort eingeladen zum vorstellungsgespräch schreibt mit rein bitte stehst du eher auf süßes oder auf salziges popcorn und ich kümmere mich darum dass das dann bei unserem kennenlernen da ist ich freue mich auf dich tolle idee mit dem popcorn hier super idee hast doch gerade erzählt dass du niemandem zum helfen hast